Mahlzeit, meine Freunde. Heute bin ich mal bei dem kleinen Sonntagswetter mit meinem kleinen Rolldrehtor. Wieder auf Tour am Kanal. Ich bin schon seit 2 Stunden jetzt hier am Trampe, wieder auf dem Heimweg. Meine Uhren werden kalt, die Sonne geht langsam unter, aber das Wetter war geil. Und hier stehe ich jetzt gerade gegenüber vom Kraftwerk Kohlekraftwerk Lünen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe noch ca. 2-3 Kilometer Richtung West. Heute bin ich wieder in einem warmen Raum. Eine schöne Zeit. Macht das Beste draus. Genießt euer Leben. Liebe Grüße vom Kanal, vom Terpon am Kanal. Ciao.